Megan G. ist eine neuseeländische Schauspielerin. Megan G. studierte von 1986 bis 1988 an der University of Oakland Germanistik und Anglistik. Nach Abschluss ihres Schauspielstudiums am Londoner City Literary Institute 1993 zog sie nach Berlin. Seitdem ist sie sowohl auf der Bühne als auch in Film und Fernsehen präsent. Sie wirkte unter anderem in deutschen Krimi-Reihen wie Tatort und auch internationalen Kinofilmen wie Aeon Flux und Speed Racer mit. Filmografie, 2004, Beyond the Sea, 2005, One Day in Europe, 2005, V wie Vendetta, 2005, Aeon Flux, 2006, Armageddon, Der Einschlag, 2008, Berlin Cooling, 2008, Tatort, Feuerstelle, 2008, Speed Racer, 2009, Tatort, Familienaufstellung, 2010, Tom Atkins Blues, 2011, Hindenburg, 2014, Tatort, Großer Schwarzer Vogel, 2014, 14 Tagebücher des Ersten Weltkriegs, 2015, Freistadt, 2015, UiK Drop.